Was geht ab zu meinen neuen Best-Of und Let's Play? Willst du noch weitere Let's Plays folgen? Ja, ganz guter Content ist das. Ich hoffe, der Content wird euch gefallen. Danke. Ich werde jetzt Player und ich werde ganz viel Pommes machen. Und ja, ganz viel RP. Und ich hoffe, ich kann bald PC und da ein bisschen Pommes machen. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020